Ja, dann machen wir wieder mit Resident Evil The Dark Chronicles. Ich habe die Bühne. Ich denke, das reicht immer noch nicht mit mir. Wir sind jetzt aufgelevelt auf Stärke 10+. Mit über 20'000 Gold. Das kann auf Level auf B. Jetzt ist ein paar Uhr wie ein Schrott gegangen. Ich denke, das kann auf Level anbringen. Leon! Was ist passiert? Ich wurde getroffen. Es war eine Frau. Warte, meinst du? Nein, nicht Ada. Sie ... Du verlierst viel Blut. Keine Bewegung. Ich muss die Blut entfernen. Was ist das? Sie hat dich zu töten. Das ist mein Problem, nicht dein. Okay. Keine sagen. Aber du solltest mit mir arbeiten. Du solltest mit mir sein. Oder du solltest mit mir sein. Bitte, Ada. Ich brauche deine Hilfe. Ich kann das alleine machen. Du bist richtig. Ich werde dir helfen. Danke. Ich schweig... Aber wir müssen... ... die anderen finden. Was ist denn? Dann ist sie? Ich bin weiner. Ich glaube, sie ist auf unserer Seite, dann. Glückwunsch uns. Let's go. We need to find Sherry. Leon? Ja. Komm her. This is fine, don't get out of here. So much dark in here, huh? Yeah. Good thing we have a flashlight. Someone's in here. Listen. Wait a second. What is that? What's wrong? You need some follow-up? You need some follow-up? What's that? Flash the light on the walking room. Better be careful with this water from there. If they croaked, at least we'd have some fair warning. We just can't seem to catch a break in this place, huh? You said it. Watch out! Shit! Get out! Get back the back! I think they're having a lot of fighting. Get out! Get out! Go! Now! Get out! Stop! Fuck! Wanna play? Let's go! Let's go! Ahh! Shhhh! Gah! ... They're swimming towards us! Let's just get the hell out of here! Yeah. Oh, those things are friggin' huge! Oh god! Let's go! We need to find Sherry! Leon? Yeah. Let's just find her and get out of here! Dark in here, huh? Yeah. Good thing we have a flashlight. Something's in here. Listen. Wait a second. What's that? Frog? It's some kind of monster! Careful. Well, it's good. Better be careful in this water. If we croaked, at least we'd have some fair warning. We just can't seem to catch a break in this place, huh? You said it. Watch out! Shit! Come on! We've got the gun! We sure have a lot of fight in him! Come on, Ben. Go! Now! We're stuck! Right! Quick, Blake! How's that? What the... What? Quick, Blake? What? Quick, Blake? And we're done! You're done! We're done! We're done! And we're done! Let's go! They're swimming towards us! Another dead ant? The ladder. Let's just get the hell out of here. Yeah. I... I... There's a lot of sprints going on with you. There's a lot of sprints going on with you. There's a lot of sprints going on with you. There's a lot of sprints going on with you. I see him! You're everywhere! Damn it! It's too many! We need to... Come on! Let's get out of here! Oh, great. Back into the sewers. Let's go that way. It looks like there's a pen to hang. Let's go up through here. I hope to go in the right direction. Oh, damn it. I heard something. Here we go again. I had nothing here, guys. So you prefer zombies? You know what I mean. Get him in the front. Great. Another ladder. Don't have a choice. Let's go. Oh, dear. Check the phone for that motherfucker. I'm still in the sewers. Do we have to go through here? Come on. They're just roaches. A little oversized. Oh! No! This can't do it! Oh! Oh, I can't do this! Oh! Oh, I can't do this! Oh! Oh! Ich denke, das wird uns irgendwo nehmen. Run! He's gonna be harder to lose than I thought. There's no backing down now. We might as well fight him. Shoot. Shoot. Boom 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 boom. Boom 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 Now run! Copy that. Look, there's a light. This place is crawling with these things! Sherry? Sherry! Wait! Wenn wir sie in dieser Stadt verlieren, werden wir sie nie wieder finden. Ich bin kein Schmuck, der sich in der Stadt zu sehen. Wir sollen viele Leute, die sich öffnet. Ich bin kein Schmuck, Herr Schmuck, der sich in den Schmuck zu sehen. Ich bin kein Schmuck. Ich bin kein Schmuck. Ich bin kein Schmuck. Ich bin kein Schmuck. Was ist hier? Was ist dein Ziel? Wir wollen einfach raus, die Stadt zu leben! Ich glaube, dass du nicht verstehst, was hier passiert ist. Was ist dein Ziel? Ich glaube, dass du nicht verstehst, was hier passiert ist. Jetzt ist es nicht Zeit, dass wir uns auf uns bewegen. Die Stadt hat sich verletzt. Woher geht's? So? Bitte, wir haben keine Zeit für das. Hast du eine kleine Mädchen gesehen? Sie ist etwa 10 Jahre alt. Sie ist Sherry. Sherry? Sie kennen sie? Sherry ist meine Frau. Was? Ich habe sie gesagt, dass sie ihn in der Polisstation verletzt. Und William muss folgen. William? William Birken. Er hat seinen Vater. Ich bin ein Mann, der diese Stadt in eine lebende Hölle zu retten G. G? Was ist ein G? Was ist ein G? Was ist ein G? Es ist ein G-Virus. Das ist ein G-Virus, das William und ich entwickelte. Er hat unsere Frau. Er ist ein G-Virus. Er ist ein G-Virus. Er ist ein G-Virus. Er ist ein G-Virus. G... Meine Kreation wird mir geholfen. Aber das Virus war falsch. Selbst wenn du überlebt das Seroconversion mit G, wirst du nichts mehr als ein Puppet zu ihrer Willen. Unsere Forschung war ein Verlust. Die einzige Frage jetzt ist, dass er zu verabschieden ist. Menschen mit einem Genetik, ähnlich zu seinen eigenen, könnte sie eine größere Ausbildung sein. Sherry! Sherry! Komm schon, wir müssen sie helfen! Ich kann nicht, ich habe ein Verlust zu verabschieden. Du musst mich schocken! Wenn die Immobilie geplant wurde, nur die Vakzine aus dem Untergrund kann sie schützen. Sie müssen sie verabschieden. Williame, es ist Zeit, um es zu verabschieden. Es ist Zeit, um es zu verabschieden. Hier sind wir. Besuchen Sie mir! Transforma! Bekiracke! Echt, um es zu verabschieden! Ich bin Angst. Wende, Sherry! Es ist mich, Flayers! Sherry, schau! Alles ist alles gut, die meisten. Was ist passiert? Das ist ein Earthquake! Das ist kein Earthquake! Was war das? Scheiße! Ich glaube das nicht! Sherry, run! Wie werden wir das Ding töten? Ich kann nicht sehen! Ich kann nicht sehen! Ich bin in der Mitte! 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 Wir haben ihn verletzt? Wir sind in der Mitte! Was sind wir? Was sind Sie? Ich bin in der Mitte! 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 Das war nah! Das war's! Das war's! Das war's! Ich kann nicht viel mehr aus! There! The canister! Ich weiß nicht, wie wir tun können, das auch! Die Gannister! Get in! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR